Um auf deine Mobilbox zugreifen zu können, musst du dich authentifizieren. Bitte gib... Willkommen bei deiner Mobilbox. Du hast eine neue Nachricht. Nachricht wird abgespielt. Drücke die 1 für Hilfe. Nachricht empfangen am 13. April. 2, 3, 1, 2, 3, 7, 3, 9. Your verification code is 1, 2, 3, 7, 3, 9, 4, 3. Drücke die 1, um deine persönliche Begrüßung zu löschen. Drücke die 3, um deine Mobilbox-Pin zu ändern. Drücke die 4, um den Status deiner Mo... Du möchtest deine Mobilbox-Pin ändern. Bitte gib deine jetzige 4-stellige... Bitte gib deine neue 4-stellige PIN ein. Deine neue PIN ist... 9, 6, 9, 6. Drücke die PIN ein. Die neue PIN wurde gespeichert. Ruckt mich. Drücke die 1, um deine persönliche Begrüßung zu löschen.